Der innerliche Struggle, der einen immer, immer begleitet. Jetzt ist mir warm. Gleich ist bestimmt wieder frisch. Was soll das mit diesem Wetter, Hannes? Was soll das? Ich weiß auch nicht. Wie finden wir denn das Wetter aktuell? Geht. Sehr kalt nachts noch. So. Ich habe heute Morgen Sitzheizung angemacht. Ja, war eigentlich... Ich habe... 5 Grad bei mir. Bei dir? Heute Morgen um 3 Uhr. Einer. Einer. Bei mir um kurz vor 8 Uhr waren es 5 Uhr. Und dein Mann ist mit Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ja, ein krasser Typ ist das. Hä, wie weit die Erbsen schon draußen sind? Ja, wird auch Zeit. Hä? 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 Und damit herzlich willkommen zu einem ersten... Nee. Nee? Nee, ist nicht der. Nee, pass auf. Pass auf. Was ist denn das jetzt hier? Pass auf. Eins hat sich geändert. Was hat sich geändert seit der letzten AKF? Wir haben jetzt die 100.000 Abonnenten. Wir sind im Club der 100.000er unterwegs. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge AKF. Mir hat letztens der Novak-Kollege geschrieben, ob ich nochmal bei den Erbsen war. Er sagt, die haben einige Bestände bei auch feuchten Bedingungen, so wie bei mir, in den Boden gebracht. Und er sagt, das mochten die da gar nicht. Ich war hier gucken mit Anton vor ungefähr einer Woche. Da haben die gerade so mit ihren kleinen Härchen da oben rausgeguckt. Wie sagt der Farming immer dazu? Pinsel? Ein Pinsel. Das ist schon so ein Pinsel. Oder sagt er das nur beim Getreide? Beim Getreide. Ja, der Pinsel. Mit dem kleinen Pinsel treffe ich mich heute auch noch zur Podcast-Aufnahme. Ach, guck an. Der Pinsel. Und jedenfalls mit Anton. Und wir haben hier gebuddelt. Und wir haben nicht feststellen können, dass die irgendwie verfault sind oder ähnliches im Boden. Aber wir haben natürlich sowas wie hier. Wo gar nichts ist. Ja. Aber guck mal, die kommen noch. Die kommen noch. Das ist Regenwurm. Das sieht jetzt wieder aus wie gefaked, Hannes. Ja. Den hast du vorher da hingelegt. Ich habe ihn vorher eingegraben. Das ist natürlich, man muss sagen, der Boden hat hier nicht die besten Bedingungen, um... Die streuen alle schon die dritte Gabel im Weizen. Den habe ich gestern auch schon gesehen. Ist das ein Terra-Truck? Oder der hat auch Räder. Hat er Räder oder keine Räder? Es sieht aus wie Räder. Der gleitet so komisch. Ja. Der fährt nicht voll auf Schub. Der fährt ganz schön, was geht. Wir fahren ja alle 20 km. Aber ich meine, homogen sieht der Bestand jetzt auch nicht aus. Guck mal. Das sind mehrere verschiedene Grüntöne. So. Wo wir am Stehengeblick mit Anton. Also, die kommen jetzt alle. Aber nach, na, es war sehr kalt. Der Boden ist jetzt nicht ideal für Direktsaat. Seht ihr auch schon an der Oberfläche. Der hat nicht sehr viel Organik anzubieten. Dennoch wollte ich das unbedingt probieren. Und unbedingt mich da austesten und mich da voranpirschen. Aber es ist sehr... Gut, wir sind auch noch nicht im Vorgewende, ne? Na, ein bisschen. Doch, wir sind... Es ist so ein bisschen... Guck mal, hier ist dann wieder so viel auf dem Haufen. Ne? Ja. Dann hast du wieder Stellen, wo es sehr fleckig ist. Wo hier zum Beispiel ist ja gar nichts. Aber ich glaube, das liegt einfach an der Ablagegenauigkeit der Nowak. Die sind wahrscheinlich nirgends da drunne, wahrscheinlich dann, glaubst du, ne? Hoffe ich. Da ist nischt. Hier ist nix. Da ist nix. Nur ein Regenwurm. Ja. Also das liegt dann aber an der Verteilung der Nowak. Na, so muss man ja... Guck mal, da sind keine Körner. Ne, weil es bricht ja auch schön auf, weil hier ja der Schlitz durchging, ne? Ja. Das ist schar. Ja. Ja, das ist dann natürlich ein bisschen... Das ist ein bisschen doof. Aber das ist dann eigentlich ein Problem, das haben wir nicht gemacht, sondern hier die Vereinzelung. Die Vereinzelung nicht, die Ablage. Aber ansonsten, wenn man jetzt so in die Reihe guckt, hier sieht es schön aus. Wir verlassen ja hier das Vorgewende. Siehst du, hier sind noch die Querstoppeln. Das sieht jetzt ein bisschen homogener aus. Ja, aber sie kommen. Ich habe das jetzt ein bisschen bei meinen Nachbarnlandwirten beobachtet. Da haben die jetzt so ähnlich den Feldaufgang, würde ich jetzt sagen. Also, da sieht es ein bisschen ähnlich aus. Hier sind natürlich leider Gottes so ein paar Stellen, wo noch keine kommen oder wo einfach die Nowak keine Samen rausgegeben hat. Wir werden gucken. Wie sagt immer mein Nachbarbetrieb? Das verwächst sich. So. Komm, jetzt kommen wir aus dem Vorgewende raus. Da sieht der Boden noch teilweise ein bisschen besser aus. Hier haben wir noch eine, die ist unter der Erde. Hier haben wir noch ein Regenwürmchen. Was ich dieses Jahr leider nicht geschafft habe, ist die anzubeizen, Leute. Ich wollte die mit Leguminosenbakterien, mit Bakterien beizen, weil sie sind ja Stickstofffixierer. Und wenn man sieht, ist auch relativ tief, ne? Das sind bestimmt sechs Zentimeter. Dieses Jahr hätte man ohne Probleme, glaube ich, die auch flacher legen können. Aber wir sehen, guck mal, die ist mindestens schon zwölf Zentimeter im Boden. Ist aber auch immer schwierig. Und wenn wir jetzt... Woran machst du das denn fest, wie tief? Wie kalt, wie warm? Generell möchte eine Leguminose tief in den Boden. Also die meisten und die besten Ergebnisse gibt es da irgendwo im Bereich von fünf bis sechs Zentimeter. Du kannst natürlich die Zeit, wie er hochkommt, ein bisschen beschleunigen, indem sie ein bisschen flacher liegt. Weil sie muss sich ja da jetzt durchkämpfen. Wenn du mal zum Beispiel auch trockene Jahre hast, dann legst du ihn doch ein bisschen tiefer, weil du halt länger die Feuchtigkeit hast. Bei der Ackerbohne ist es tatsächlich so, sind die besten Ergebnisse bei zehn Zentimeter Ablagetiefe. Also die wollen so tief verbuddelt werden. Das ist krass. Ich kann mir das auch so ein bisschen vielleicht vorstellen, dass hier... Also meistens geht es ja unter dem Saatkornbereich erst los mit der richtigen Wurzel, die die Rhizome bilden. Heißen die Rhizome? Quatsch. Mir fehlt gerade das... Ist auch mit R... R... R. Die Knöllchenbakterien, die die Knöllchen bilden. Heißen das Rhizome? Ich muss da kurz gucken, ey. Naja, ist doch fast das... Rhizobien. Also, die diese Knöllchen bilden. Das sind ja so wie weiße Knoten. Und ich kann mir einfach da vorstellen, weil es ja Bakterien sind. Die Bakterien mögen immer feuchtes Milieu. Und ich kann mir das einfach so herleiten, wenn du die halt relativ... Wenn du die halt relativ flach legst, Lisi... Dass die relativ viel auch immer im trockenen Horizont unterwegs sind. Dass du vielleicht unter fünf Zentimeter, dass es da immer feucht ist. Und dass die Knöllchenbakterien da halt immer feucht sind und immer diesen Stickstoff fixieren können. Und da ihre Arbeit machen können. Da würde ich dann herleiten, warum die tiefe Saat immer ertragsstabiler und ertragsbesser ist. Hier sieht man noch nichts. Ich wollte die mit Bakterien anbeizen. Die kamen aber leider erst zwei Tage nach der Saat hier. Also, das war jetzt nicht mein Fehler. Ich habe vier Wochen davor das bestellt. Aber das ist nicht rechtzeitig rausgegangen. Und drei Tage vorher, bevor wir gedrillt haben, habe ich denen gesagt, sagt mal Jungs hier, wo sind denn die Knöllchenbakterien? Und die haben sich alle angeguckt. Dann habe ich beim Handel gefragt, wo sind meine Knöllchenbakterien? Eine Stunde später, oh Hannes, die sind da wohl noch nicht losgegangen. Naja, Erbse. Ansonsten, eine ganz nette Kultur ist ein Stickstofffixierer. Das heißt, wir brauchen hier keinen Stickstoffdüngen. Kann man laut Düngebilanz, glaube ich, bis 30, 30 oder 20 Kilogramm Stickstoff. Ich habe darauf verzichtet, weil N- ist meistens auch um die 30 Kilo, also der mineralisierte Stickstoffanteil im Boden, wo daher sich das aufhebt. Ich habe jetzt hier aber einen PK-Dünger gegeben, Phosphor, Kali, Magnesium und Stickstoff noch dazu. Also es ist ein Kombidünger gewesen. Und ja, Phosphor unterstützt immer die Blütenbildung. Generell, Erbse ist ja auch eine blühende Pflanze wie alles andere auch. Die blüht doch so rosa-lila, ne? Ne, weiß blüht sie. Gibt es nicht, hast du rosa-lila? Ja, Peluschken. Peluschken. Gehört das auch zu den? Erbs, ja. Okay. Die blühen zum Beispiel lila, aber ansonsten, zum Beispiel Lullopine blüht auch lila. Also auch aber alles, die Gattung der Liguminosen, Schmetterlingsblütler, alle können Luftstickstoff fixieren. Das ist eine ganz nette Sache, gerade wie ich, wenn man im roten Gebiet ist. Rotes Gebiet heißt ja im Prinzip, die Düngung ist da limitiert. Aber es gibt da so ein paar Punkte, die man da für sich nutzen kann. Und zwar heißt es, man darf nicht mehr als 160 Kilogramm Stickstoff von der Gülle overall ausbringen, also auf dem Betriebsdurchschnitt, und nicht mehr als 80 Kilogramm mineralisch Stickstoff overall Betriebsdurchschnitt. Und hier haben wir einen Kandidaten, wo wir eine Null haben. Das macht uns vieles möglich. Das heißt, gewisser Satz Erbsen, du holst den Ertrag runter und sorgt auch dafür, dass du alles andere voll aufdümmen kannst. Aber alle Liguminosen oder nur die Erbsen? Alle, tatsächlich. Alle fixieren Nährstoffe. Einige brauchen ein bisschen mehr Kali, einige brauchen ein bisschen mehr Phosphor. Aber so um den Dreh fixieren sie alle den Stickstoff, was natürlich auch ganz nett ist. Wenn wir hier hinterher zum Beispiel einen Raps machen, wird es sich anbieten oder eine Gerste. Wir brauchen hinterher eine Kultur, die wirklich relativ gut auch den Stickstoff verwerten kann. Da können bis zu 200 Kilogramm Stickstoff pro Hektar hier entstehen in der Fixierleistung. Wenn die Pflanze und das Stroh dann nachher langsam anfangen zu verrotten, setzt sie das Ganze frei. Das heißt, wir können unfassbar viel Nährstoffe hier herholen und können die dann nächstes Jahr nutzen beziehungsweise müssen die dann nicht mehr düngen. Und gerade jetzt ein Raps bietet sich da unfassbar gut an, weil der kann wirklich bis zu 200 Kilo im Herbst schon aufnehmen. Der kann Vollgas machen. Von daher, ich habe hier ein paar Ideen. Die werde ich noch nicht aussprechen, aber hier wird ein bisschen was rumexperimentiert dieses Jahr. Hier wird ein Raps herkommen, aber hier werden wir ein bisschen rumexperimentieren. Also es sind 13 Hektar Erbse dieses Jahr. Ich wollte die eigentlich erst mal zur Vermehrung nutzen, weil nächstes Jahr werden wir 50 Hektar Erbse machen. Jetzt ist es raus, Lisa. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. So. Jetzt sind alle beschlachtet. Und je nachdem eigentlich alle indirekt saaten. Das wollen wir machen. Wir gucken uns das mal an. Hier in der Fläche sieht man auch tatsächlich, ist es ein bisschen poriger, aber bei weit denn noch nicht so, wie es eigentlich aussehen soll. Was meinst du mit porigern? Na, guck mal, hier sind ja Löcher. Also die Struktur, guck mal, hier hast du ja so eine offene Struktur. Das ist alles von Regenwürmern entsteht das. Und das sorgt halt dafür, für Platzregen und sowas, dass das möglichst schnell versickert. Guck mal, hier siehst du auch, hier haben die Regenwürmer richtig Arbeit geleistet. Hier das, was du alles siehst, das ist Regenwurmkot. Regenwurmlosung heißt das, siehst du das? Ich pulst du gerade in Kacka rum. Ja, ich pulst du gerade in Regenwurmkacka rum hier. So, und das sorgt im Prinzip zum einen, dass die Pflanzen hier Nährstoffe haben. Und zum anderen ist das diese Struktur, die man gern haben möchte. Ich habe letztens unter meinem Video ein Kommentar gelesen, dass das totaler Quatsch ist, was ich erzähle. Man braucht eine Winterfeuche und der Boden muss im Winter dann mal Kapillare bilden. Was hat die Welt bloß ohne uns 60 Millionen Jahre ohne einen Flug gemacht? Ich verstehe es gar nicht. Also der Punkt ist, ein Flug war bestimmt nicht in der Welt vorgesehen, in den 60 Millionen Jahren in der Entwicklung. Die Kapillare sind immer da und die bilden sich immer. Der Punkt ist bloß, wir zerstören sie mechanisch und dann sind wir der Meinung, wir müssen sie mechanisch wiederherstellen. Die Natur macht es aber auch von ganz alleine. Was sind noch mal Kapillare? Das sind diese kleinen Haargänge im Boden, die das Wasser führen. Die sozusagen das Wasser zum Korn bringen, zur Wurzel bringen. Und der Punkt ist, bei einer Wiese oder einem Waldboden wird keiner auf die Idee kommen, die zu bearbeiten, damit sich Kapillare bilden. Aber auf dem Acker scheint neue Gesetze zu herrschen. So, wir fahren jetzt noch zum Raps. Den gucken wir uns noch an und dann gibt es Getreide in einer anderen AKF. So, ich will euch noch was anderes zeigen, eben einmal fix. Und zwar, das Stück besteht eigentlich aus zwei Stücken. Einmal 9 Hektar und einmal 4 Hektar. Hier sind wir auf die 4 Hektar. Und hier vorne ist eine absolute Lehmkuppe. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mit der Tigerdrill hier nie eine gute Aussaat hinbekommen, weil das ist so lehmig und klumpig, dass du hinterher noch zweimal mit der Scheibenecke rüberfährst, damit du die Klumpen klein kriegst, die du mit dem Tiger rausholst. Und dann habe ich nochmal mit der Güttler nachgearbeitet, damit du irgendwie eine vernünftige Aussaat hinbekommst. Und hier ist Topfeldaufgang erst mal. Also das funktioniert hier erst mal. Also wenn du nicht in den Boden eingreifst, dann kriegst du auch keine Klumpen raus. Das konnte ich euch sagen. Hier kann man erst mal gucken, wie sieht es hier aus. Ja, hier ist eine Ablage da. Kommt ein bisschen was raus aus dem Maisstroh. Hier, weswegen ich eigentlich hier bin, hier ist der Leiendotter. Bis jetzt habe ich aber noch keinen gesehen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist keiner. Bis jetzt habe ich noch keinen hier gesehen. Wir müssen mal einfach gucken, vielleicht kommt der noch mit raus. Ne, das ist auch keiner. Der müsste ja mit aus der Reihe theoretisch kommen, glaube ich. Haben wir den oben raufgelegt oder mit in die Reihe? Ich glaube, wir haben beides gemacht. Ich glaube, wir haben beides gemacht. Ja, also hier sieht man ihn leider nicht. Es war ja auch nur ein Experiment. Aber nichtsdestotrotz sieht man, dass es was werden kann. Man muss sich dann natürlich erst mal ausprobieren. Und hier waren natürlich auch feuchte Bedingungen. Keine Frage. Sie haben zwar gesagt, hier hinterher ist es natürlich mehr abgetrocknet gewesen. Aber die Bedingungen waren echt feucht hier. Und muss ich auch ehrlich sagen, wenn ich die Maschine auf dem... Also, wenn ich die Maschine auf dem Hof gehabt hätte, wäre ich nicht gefahren. Aber weil es ja, ich sag mal, eine Vorführung war und ich musste das irgendwie auch mitnehmen und ich wollte nicht auf dem herkömmlichen Verfahren zurückgreifen. Wollte es schon mit Direktsat machen. Mit meiner Tiger wäre es nicht gegangen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das dann bei den Bedingungen durchzuführen. Es ist nicht die beste Variante, um ehrlich zu sein. Es ist nicht die perfektesten Bedingungen. Aber es geht. Es geht. Es kommt erst mal hoch und es ist erst mal ein bisschen was zum Lernen. Gerade hier vorne sieht man, hier ist der Boden schon ein bisschen fester. Da fehlt es aber auch einfach an Organik hier. Also der Boden hat schon eine Zeit von, keine Ahnung, zwölf Jahren nur Mais gesehen hinter sich. Gut. Einen wunderschönen guten Tag. So Lisa, wir haben ja gerade eben bei den Erbsen anderen Raps gesehen. Was kannst du so optisch berichten? Also, erst mal war der weiter in der Blüte als unserer. Und zweitens war der viel dünner als unserer. Der Bestand an sich oder die Pflanze war dünn? So ruhig als auch. Also ich finde, unser sieht viel üppiger aus. Und ist hier auch viel, viel, viel dicker im Stängel. Der war so dünn. Was man hier übrigens sieht, ist ein schöner Sortenunterschied. Siehst du das da vorne? Ja. Das ist, glaube ich, der Archivar. Der blüht früher und der war auch ganzjährig früher. Der fing früher an zu wachsen. Der war früher aus dem Herbst gekommen, dicker. Das habe ich auch in den Stickstoffkarten gezeigt. Was haben wir hier gemacht? Wir haben zwei Gaben Dünger gestreut. Die zweite war mit dem Isaria-Sensor. Und wir waren jetzt letzte Woche noch einmal gegen den Rapsglanzkäfer. Was man einfach beobachten konnte, dass wir, wir hatten bis zu 30 Käfer pro Knospe. Ja. Und hier, die waren alle schon zerfressen. Man sagt normalerweise, normalerweise ist es so, sobald die Blüte sich öffnet, guck mal, geht er da rein und frisst den Pollen. Und richtet keinen Schaden mehr an. Und normalerweise ist es so, guck mal, hier sieht man auch zwei Stück, dass man sagt, wenn er anfängt zu blühen, Gott sei Dank, du hast es geschafft. Das war aber so, dass der nahezu, wenn man das so sieht, in diesem Stadion, gerade so hier vorne, steht der nahezu schon seit zwei Wochen. Das heißt, der wollte nicht richtig anfangen zu blühen und die Rapsglanzkäfer sind trotzdem an die Knospen gegangen und haben die Knospen zerfressen, sodass wir tatsächlich nochmal hier mit einem Insektizid durchmussten. Und ich war eigentlich schon froh, Hannes, du hast es geschafft, Raps ohne Insektizid, keine Maßnahme. Und dann musste ich leider Gottes doch. Was man aber hier ganz schön sieht an den Pflanzen, und das ist eigentlich egal, ob wir hier vorne uns eine angucken oder weiter hinten, sind einfach die Nebentriebe. Wir haben gerade beim anderen gestanden, ich habe da gezählt, der hatte fünf. Ja, wenn wir das noch zu dem Haupttrieb zuordnen, ich meine, das ist eigentlich Haupttrieb, aber da haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, sechs, sieben, acht. Und abgeknickt da. Na, da unten sind ein paar. Genau, acht Nebentriebe. Mein Prof hat immer gesagt, zwölf wollen wir eigentlich haben. Eigentlich kann man sagen, ist das der Haupttrieb, aber ich fange mal ein bisschen weiter unten an zu zählen. Zwölf wollen wir eigentlich haben, weil dann hat der Raps möglichst viel Kompensationspotenzial und Möglichkeiten. Es kann ja relativ viel passieren. Ihm kann ja jetzt theoretisch schon mal der Haupttrieb abfrieren. Wir haben ja nach wie vor immer noch Frost. Das ist ein Punkt, der passieren kann. Er kann ja jetzt auch Insektenschaden haben, weil der Rapsglanzkäfer alles gibt. Es gibt so viele Möglichkeiten und da muss er halt kompensieren können. Was wir hier zum Beispiel sehen, hast du eine Vermutung, woher das kommt? Ich weiß nicht, Frost? Ja, genau. Sehr gut. Frost. Und da sieht man, da platzen die Stängel auf. Sieht dann so aus. Wegen, wegen... Aber wie passiert das? Weil Kälte sich ausdehnt? Ja, er hat ja unfassbar viel Wasser. Und dann durch den Frost, die Kälte dehnt sich aus und dann... Genau, genau. Normalerweise ist es ja so, wenn eine Pflanze merkt, sie wird jetzt... Sie macht sich fertig für den Winter, heißt der Prozess Vandalisation, habe ich schon öfter erklärt. Sie zieht das Wasser so ein bisschen aus der Pflanze raus, erhöht die Nährstoffkonzentration und dann setzt sie sozusagen den Gefrierpunkt herab. Aber hier ist sie ja in der Blüte des Lebens. Sie ist ja richtig am Gas geben, fixiert auch maximal viel Wasser in sich, sodass sie da halt anfällig auf diese geplatzten Stängel ist. Und das kann man jetzt viel beobachten. In erster Linie macht ihm das gar nicht so viel. Aber das kann sehr, sehr ausgeprägt sein, sodass tatsächlich auch der Haupttrieb absterben möchte. ist natürlich auch ein offenes Tor für Krankheiten. Da ist er anfällig. Aber eine ehrliche Einschätzung. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so einen guten Raps hatte. Ich meine, du warst letztes Jahr eigentlich schon sehr begeistert, weil er ja so gut durch den Winter gegangen ist. Er war ja sehr üppig. Also da hast du ja schon gesagt, Mensch, das ist ein schöner Raps, schöner Raps. Ja. Aber der toppt das hier nochmal. Ja, weil der unfassbar homogen ist. Das hat man in den Drohnenaufnahmen in den Vlogs gesehen. Also da ist ja wirklich von hier bis zwei Kilometer lang ist der Schlag. Vielleicht kannst du die ja nochmal hier mit einbauen. Drohnenaufnahmen, ja. Ja, ist das unfassbar homogen. Also das ist der Wahnsinn. Was man hier aber schön sieht. Weiß man, woran das liegt? Also kannst du jetzt schon sagen, liegt das an der Sorte? Liegt das an dem ganzen Wasser, was wir hatten? Einzelkornverfahren. Ja, Wasser natürlich. Wir haben dieses Jahr nicht die Bereiche, die als erstes aussteigen durch Wassermangel. Das tritt bei uns schon häufig so nach 10 bis 14 Tagen ohne Wasser aus, bei warmen Witterungen. Aber Einzelkorn ist wirklich im Rapsanbau, das ist nicht wegzudenken. Das ist einfach die Zukunft. Man sieht hier fast gar nichts mehr. Was wir hier einmal euch zeigen möchten, wir haben ja außenrum den Ambassador. Und der war wirklich relativ wuchsträge, muss man ehrlich sagen. Der war noch gar nicht so richtig hoch. Der fängt jetzt auch später an zu blühen. Das sieht man, wenn man, ich hoffe, das sieht man, wenn man so rüber guckt. Aber du siehst es, oder? Ja. Guck mal, ab den Mast kommt noch eine ganz andere Sorte. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, wenn ich sie höher halte. Aber was ich hier sagen muss, der war vom Wuchstyp her ein bisschen molliger. Er war so richtig, er war der Erste, der untenrum geschlossen hat. Und die anderen, die waren erstmal so erstmal ein bisschen hochgewachsen und fing auch schon ein bisschen früher an zu blühen, hat sich jetzt aber relativ stark verwachsen. Aber er war der mollige hier unter den Kollegen. So, das war glaube ich das, was ich erstmal sagen wollte. Hier oben sieht man das zum Beispiel auch, diesen Riss vom Frost. Für sowas ist es jetzt schade, dass man mit der GoPro nicht zoomen kann, ne? Was natürlich schade ist, dass dieses Jahr die Preise so extrem eingebrochen sind. Bei den Asia-Handys? Ne, bei den Erntegütern. Das ist immer so, wir erwarten wahrscheinlich eine gute Ernte, würde ich sagen. Bis jetzt ist es ja wirklich, wirklich alles auf dem Top-Niveau. Und dann brechen immer die Preise ein, das ist so, ist so. Aber ansonsten Blätter gesund. Das Verrückte ist übrigens am Raps. Lisa, das musst du dir mal auf die Zunge zergehen lassen. Der fängt ja jetzt an zu blühen. Und der blüht ja nachher so extrem, und zwar, der blüht ja so extrem, dass er nahezu sich 100% selbst beschattet. Und das ist total verrückt. Der nimmt sich wirklich die Auszeit zu blühen und macht dabei fast keine Photosynthese mehr. Wo mir das jetzt gerade einfällt, weil Alex angerufen hat. Das habe ich nicht da hinten. Ja, du hast da... Wo noch das Ding entstanden ist, mit dem die Saat ins feuchte Boden bringt, wo ich da gewacht habe. Das war da vorne, ungefähr Höhe zweiter Mast. Wo ich gar nicht aussteigen wollte, weil das so einen Spaß gemacht hat. Ja. Mit dem Fan One und der, was war denn das, Optima, ne? Ja, Optima SX. Ah. Das war hier. Das war hier. Ja, genau. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der nimmt sich wirklich, oder der erlaubt sich wirklich, während der Blüte nahezu die Photosynthese einzustellen. Weil der beschattet sich so dermaßen selber und fängt dann nachher auch an, die Blätter hier abzutrennen, abzutrennen, abfallen zu lassen. Er wirft sie abquallen. Und er macht sie ja relativ smart, ja? Das heißt, der zieht erstmal alle Nährstoffe raus, denn wenn die hält, das zieht er alles in die Pflanze rein und von daher startet er den Wuchs in die Schoten. Den Wachs. Den Wuchs in die Schoten. Und erst mit dem Ausbilden der Schoten geht dann die Photosyntheseleistung wieder nach oben. Also da gibt es so einen Zeitraum, der ist drei bis vier Wochen, wo die Photosyntheseleistung wirklich fast gegen Null geht. Und das ist eigentlich krass, was die Pflanzen sich eigentlich erlauben. Wenn er in der Zeit, wir haben ja super wüchsiges Wetter, überleg mal, wenn er in der Zeit weiter Photosynthese betreiben könnte, was er imstandene wäre zu leisten. Beeindruckend. Beeindruckend sind auch so eine Pflanzen, Lisa. Wenn man das hier sieht. Und ich habe heute kein Messer mit. Oh, ich habe ihn abgerissen. Warum hast du hier einen Spaten genommen? Einmal kurz. Ist ja nicht so, als ob wir da dabei sind. Ja, wir haben einen Spaten dabei, das stimmt. Aber wenn man diese Pflanze sieht, ne? Die ist schon brachial. Guck mal, und hier fängt der erste Nebentrieb an. Da fängt der erste Nebentrieb an. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Was hat dein Prof immer gesagt? Zwölf? Zwölf wollen wir. Zwölf wollen wir. Und das ist schon beeindruckend. Und die ist vor allen Dingen gesund. Ja. Der prüfende Blick. Bisschen in die Spitze. Bisschen in die Spitze. Beeindruckende Pflanze. Ja. So. Thema Raps. Achso, Thema Raps. Was uns bevorsteht, ist in der Regel die Blütenbehandlung. Kohlschotenmücke ist ein Thema. Die legt die Eier ab und die Larven fressen sich durch die Schoten. Das ist tatsächlich ein großes Thema. Die kann nochmal richtig viel Schaden machen. Und dann ist es ein Thema Sklerotina. Und das ist tatsächlich, dass dieses Jahr auch sagen, die amtlichen Warndienste Sklerotina. Der hat dieses Jahr, der Pilz hat wohl nach langem mal wieder gekeimt. So, das ist die aktuelle Warnmeldung. Und man soll das wirklich im Auge behalten und gegebenenfalls eine Blütenbehandlung fahren. Sklerotina ist im Prinzip Weißstänglichkeitenpilz, der den Stängel befällt, lässt ihn frühzeitig absterben. Wir verlieren dadurch den Ertrag. Und die Pflanze kippt näher einfach um. Ja, also sie bildet schon Korn aus, aber die sind deutlich kleiner. Die Pflanze kippt näher um, sie ist anfällig, sie stirbt gänzlich komplett ab, bevor sie überhaupt einen Schutz schafft gegen Schoten platzen oder ähnliches. Wie erkennt man die? Was sind ihre Merkmale? Noch siehst du es nicht. Nachher siehst du so einen schwarzen Streifen am Stängel. Ja, das habe ich in dem Video gezeigt, wo wir mit dem Trion die gestreiften Sonnenblumen gedroschen waren. Da war ja nahezu der ganz, weißt du noch? Mein ganzer Sonnenblumenacker mit den Gestreifen war ja nahezu komplett liegend. Ist ja abgebrochen. Das war auch Sklerotiner. Also es befällt zum Beispiel Raps, Sonnenblume, Ackerbohne. Wäre auch so ein Thema, das es da auch prädestiniert führt. Deswegen muss man auch darauf achten, dass alle fünf Jahre entweder Raps oder Sonnenblume auf die Flächen steht. Raps können wir ein bisschen mit dem Fungizid schützen. Da haben wir Möglichkeiten, mit einer Sonnenblume durchzufahren. Wenn sie nachher so hoch ist in der Blüte, ist nahezu ausgeschlossen. Selbst Selbstfahrer, da gibt es vielleicht einen, aber da gibt es auch keinen, der hier in Meckpom fährt, den man da durchfahren lassen kann. Sehr hohe Beine. Genau, also das muss man da wirklich beobachten und das macht man meistens in der Vollblüte oder kurz nach der Vollblüte. Weil der Schutz soll sozusagen darüber hinaus bestehen. Man schützt ja ungefähr immer einen Zeitraum von sieben Tagen und dann will man ja sozusagen noch den Rest mitschützen, der da noch blüht. So, ja das war es erstmal glaube ich in Richtung AKF für Erbse und Raps. Sollte ich noch was sagen? Thema Mikronährstoffe, Bohr hatten wir schon gehabt im Frühjahr, ist ultra wichtig im Raps. Hat er hier mehrmals bekommen. Also Bohr ist wirklich auch nicht ein großer Kostenfaktor, aber letztendlich Ertragsfaktor ist ja wirklich sehr, sehr entscheidend. Was würde denn hier jetzt als nächstes anstehen? Ist tatsächlich die Blütenbehandlung und dann ist Schluss. Dann war es das mit dem Raps und dann ist nur noch das Ernten. Wenn man bedenkt, wir haben ungefähr in einer Woche hier, sollte der soweit sein, hat er die Blütenbehandlung genau, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, ist ja sehr passend. Und wir haben heute übrigens den 4. Mai. Dann ist das sehr passend und dann überlegt mal, dann haben wir da noch 4 Monate, 3 bis 4 Monate, wo er einfach nur wächst. 4, 3 Monate, August, ein Jahr wird er. Das ist verrückt, oder? Und Blütenbehandlung macht man eigentlich, wenn er in der Vollblüte ist, ne? Ja, Vollblüte oder kurz danach. Und wie wir jetzt sehen, guck mal, er hier ist im Haupttrieb mal ein bisschen aufgebrochen, aber die ganzen Kollegen hier noch gar nicht. Und hier oben, guck mal, da blühen drei gerade mal so. Eine vierte ist am Aufbrechen. Wir sind ja ganz, ganz weit weg von der Vollblüte. Ach, der ist einfach schön, der Raps, ey. Schön. Ist einfach schön. Ich freue mich auch ein bisschen auf das Dreschen. Und ich muss sagen, mein bester Raps, der hat damals mir der Hagel vereitelt. Ich hätte mal ein 6 Tonnen plus Raps geerntet. Und leider Gottes ging dann Hagel quer rüber, aber man konnte anhand der Ertragskartierung sehen, dass der restliche Bereich über 6 Tonnen war. Beeindruckend. Aber das waren noch die guten Zeiten, wo wir noch andere Mittel hatten und die andere Beizen. Die guten Zeiten. Die guten Zeiten. Die guten alten Zeiten. Ja. So. Das war's. Das war's. Haust du rein? Bleib sauber, Leute. Bis zum nächsten Mal.